Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tutorial im WebClient. Genau, also ich würde jetzt einfach Schritt für Schritt durch die Menüpunkte hier im Deskline durchgehen. Wir befinden uns hier jetzt in dem Punkt Datenwartung, Überblick. Also das ist jetzt ein kurzer Überblick über den Content Score des Eintrags. Der ist jetzt hier in unserem Testhaus schon relativ gut, über 80%. Man kann sich aber hier direkt anzeigen lassen, was denn noch fehlt oder wo denn die Einstellungen nicht komplett sind, um einen Content Score von 100% erreichen zu können. Zuallererst möchte ich mit Ihnen in den Kalender gehen. Wenn Sie da hier auf Kalender draufklicken, werden die Verfügbarkeiten und die Preise angezeigt. Also alles, was direkt eingestellt werden kann an Verfügbarkeiten für die einzelnen Leistungen. Also wenn Sie jetzt hier mal schauen, unser Testhaus hat eine Wohnung. Sollten Sie jetzt mehrere Kategorien haben, dann werden die hier in diesem Dropdown-Menü aufgeführt und Sie können pro Kategorie sich den Kalender ausgeben lassen. In den Verfügbarkeiten sehen wir jetzt hier einen Überblick über ein ganzes Jahr. Und da wurden fünf Verfügbarkeiten freigegeben, weil es die Wohnung 40 Quadratmeter fünfmal gibt. Also die ist fünfmal vorhanden und kann auch fünfmal gebucht werden. Wenn jetzt eine Belegung eingeht oder wenn Sie jetzt jemanden haben, der telefonisch oder per E-Mail bei Ihnen bucht, dann müssten Sie diese Verfügbarkeit rausnehmen und das quasi als Belegung eintragen, so dass es dann nicht mehr online gebucht werden kann. Wie es funktioniert, ist eigentlich recht schön, also recht einfach gelöst. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt eine Belegung zum Beispiel von 10. bis 16. August, dann können wir uns diesen Zeitraum markieren. Achtung hier, einen Tag vorher auf Stopp, also bis zum 15. August, achten, weil der 16. dann schon wieder Anreise-Tag ist. Je nachdem, wenn man jetzt mehr Verfügbarkeiten hat, also mehr als eins, dann kann man Verfügbarkeiten erhöhen oder reduzieren. Oder man kann auch diese Verfügbarkeit setzen auf. Also ich habe jetzt ja fünf Verfügbarkeiten freigegeben, habe jetzt eine Belegung reinbekommen und möchte sie deshalb um eins reduzieren. Wenn ich dann hier auf Änderungen, Speichern und Schließen gehe, sehen Sie hier, dass ich quasi vier Verfügbarkeiten hier noch frei habe, weil einmal belegt ist. Wenn Sie jetzt komplett aus der Verfügbarkeit rausnehmen möchten, also weil es zum Beispiel das Haus zu einem gewissen Zeitraum geschlossen ist, dann können Sie mit null Verfügbarkeiten das belegen oder es gibt auch noch die Möglichkeit, das auf Geschlossen zu setzen. Wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, dass wir im November die Unterkunft geschlossen haben und deshalb zum Beispiel jetzt hier ab dem 9. bis Ende November nicht vermieten möchten, dann kann ich hier auf Geschlossen die Verfügbarkeit markieren und wieder auf Änderungen speichern klicken. Dann wird das hier als geschlossen angezeigt. Geschlossen hat einem die gleiche Funktion wie die Belegung 0. Also es wird dann einfach aus der Verfügbarkeit rausgenommen und ist nicht online buchbar. Wenn Sie jetzt Online-Buchungen erhalten, dann wird der Kalender automatisch aktualisiert. Sollte eine Online-Buchung eingehen, dann bekommen Sie unter Gast per E-Mail eine Buchungsbestätigung und der Kalender wird automatisch um das Kontingent reduziert. Das sehen wir hier, der Zeitraum vom 19. bis 25. September. Da ist eine Online-Buchung eingegangen. Das sehen wir hier an dieser roten Umrandung. Genau, also es war jetzt eine Testbuchung. Einfach um das mal zu zeigen, wie das ausschauen kann, wenn eine Online-Buchung eingeht. Und wenn eine Online-Buchung dann zum Beispiel verändert werden müsste, weil der Gast bei Ihnen anruft und es umbuchen möchte oder er möchte stornieren und die Buchung muss rausgenommen werden, dann melden Sie bitte diese Änderungen an einer Buchung immer bei uns. Denn dann müssen wir die Buchungen manuell anpassen, dass dann die Buchung stimmt und auch der Kalender sich wieder automatisch aktualisieren kann. Bei all Ihren Eigenbelegungen, also alles, was direkt zu Ihnen kommt, wenn Sie zum Beispiel Zeiträume haben, zu denen Sie wissen, da kommt immer der gleiche Stammgas oder Sie haben eben eine telefonische Buchung angenommen oder eine Buchung per E-Mail, dann machen Sie es manuell selbst im Kalender, dann setzen Sie die Verfügbarkeit, wie wir es hier im Beispiel gesehen haben, runter oder nehmen Sie es ganz komplett raus. Wenn jetzt der Gast, der bei Ihnen direkt gebucht hat, auch wieder storniert, also sagen wir mal, der Gast, den wir hier eingetragen haben vom 10. bis 16. August, ruft an, er kann doch nicht kommen, er muss es wieder stornieren, dann dürfen Sie die Verfügbarkeit selbst wieder anpassen, markieren entsprechend den Zeitraum wieder und setzen die Verfügbarkeit wieder auf fünf Einheiten oder können erhöhen um eins und die Änderungen speichern. Dann sind alle Verfügbarkeiten wieder drin und die Wohnung kann wieder fünfmal gebucht werden. Es ist einmal bis zum vordefinierten Zeitraum online buchbar eingestellt oder Verfügbarkeiten freigegeben. Sie sehen jetzt hier, bis Ende Mai 2021 haben wir Verfügbarkeiten vorhanden und dann, wenn ich hier mal auf diesen blauen Pfeil klicke nach unten, habe ich das nächste Jahr ab Juni noch nichts freigegeben. Ich habe da noch keine Verfügbarkeiten drin und somit kann auch nicht gebucht werden. Wenn ich jetzt diese Verfügbarkeiten verlängern möchte, also ich möchte jetzt wieder bis Mai 2022 was eingeben, dann wird es relativ einfach und schnell, indem Sie mit gehaltener Maustaste den gewünschten Zeitraum markieren. Also einfach die Maustaste klicken und halten und dann bis zu dem Zeitpunkt markieren, zu dem Sie Änderungen vornehmen möchten. Und dann können Sie sagen, ich möchte wieder fünf Verfügbarkeiten freigeben und das Ganze ändern, also die Änderungen speichern und schließen. Dann haben Sie ganz einfach und schnell auch schon für das nächste Jahr freigegeben. Dann aber immer nicht vergessen, sofort alle Eigenbelegungen einzutragen und auch die Zeiträume, zu denen gegebenenfalls nicht vermietet wird. Dass dann nicht Überbuchungen entstehen können, denn sobald Sie es frei gemeldet haben, ist es online buchbar. Von dem her, wenn Sie schon wissen, wenn Sie Ihren Kalender zur Hand nehmen, indem Sie Ihre ganzen Buchungen eintragen, dann können Sie eben hier das übertragen und alle Belegungen schon eingeben. Das wäre jetzt mal zu dem Kalender. Dann zu den Preisen. Das ist hier im zweiten Reiter. Generell gilt, es gibt so ein, wir bezeichnen es immer sehr gerne als Grundrauschen, also es gibt eine Standard-Grundeinstellung. Das ist diese Standardvorlage, die hier so hellgrün dargestellt wird. Das gilt immer. Also die Preise, die auf der Standardvorlage eingegeben sind, die gelten immer. Also die gelten nicht bis zum bestimmten Zeitraum, wie bei der Verfügbarkeit, sondern wenn wir hier mal weiterklicken, ins nächste Jahr, die ist einfach als Grundeinstellung gespeichert. Wenn Sie jetzt Preise auf die Standardvorlage eingeben möchten, können Sie das hier rechts über dieses blaue Feld und Details, dann öffnen sich die Informationen zur Standardvorlage. Wenn man hier auf Bearbeiten geht, können Sie Ihren Preis dementsprechend anpassen. Das sind jetzt sehr hohe Preise, weil das ja im Testbetrieb ist, aber natürlich dann der Preis, der gültig ist pro Personenbelegung. Also wenn Sie sagen, eine Person kostet 7.000, zwei Personen kostet 8.000, dann können Sie es natürlich dementsprechend einstellen. Sie sehen auch hier mal die Informationen dazu, das ist, in welcher Einheit Sie sich befinden, wie die Einstellung ist und wie die Belegung ist. Der Basispreis wird pro Einheit pro Nacht berechnet, deswegen kann man es auch eben pro Personenbelegung berechnen. Also Sie geben dann hier den Preis ein, den zwei Personen bezahlen. Ganz wichtig zu wissen ist, wenn es Kinderpreise gibt. Also diese Einstellung hier ist möglich, wenn es keinen Unterschied vom Alter her gibt, also wenn Kinder und Erwachsene gleich viel bezahlen. Wenn jetzt aber Kinderpreise vorhanden sind, das heißt, bis zum bestimmten Alter ist der Preis günstiger zum Beispiel, dann muss das Ganze umgestellt werden. Die Berechnungsregel ist dann pro Person pro Nacht, damit das System unterscheiden kann zwischen den einzelnen Personen der unterschiedlichen Altersgruppen. Wie genau das dann geht zum Umstellen, das zeige ich Ihnen gleich später. Jetzt bleiben wir erstmal kurz hier im Preiskalender nochmal. Sie haben dieses Grundrauschen, wie wir es gerne bezeichnen, eben immer als Basis eingestellt, können dann aber auch unterschiedliche Preisvorlagen erstellen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Hauptsaison einen anderen Preis haben oder in der Nebensaison einen anderen Preis, dann können Sie unterschiedliche Preise zu unterschiedlichen Zeiten eingeben. Sie haben hier die Möglichkeit, unten links unter dieser Standardvorlage eine neue Vorlage zu erfassen. Wenn wir jetzt mal hier eine neue Vorlage erfassen und nennen die Hauptsaison, dann können wir das farblich auch anders darstellen, das wollen wir mal in dieser Farbe haben und erfassen diese neue Vorlage. Dann kann ich sagen, ich möchte in dieser Zeit einen anderen Preis, nämlich einfach höher und kann die Änderungen speichern. So, jetzt wird mir diese Vorlage hier angezeigt. Jetzt muss man die Vorlage in einem bestimmten Zeitraum zuordnen. Also jetzt muss ich sagen, wann gilt denn die neue Vorlage Hauptsaison überhaupt? Ich möchte mal sagen, die gilt jetzt ab August. Im ganzen August soll die gelten. Dann markiere ich mir den entsprechenden Zeitraum, wähle dann hier die entsprechende Vorlage aus und dann wieder auf Speichern. Dann haben Sie jetzt ab dem System gesagt, im Kalender, wann welche Vorlage gilt. Und so können Sie beliebig viele Vorlagen für sich gestalten. Wenn Sie zum Beispiel auch schon für das nächste Jahr haben wir ja schon freigemeldet und Sie möchten nächstes Jahr generell eine Preiserhöhung machen ab Mai, dann können Sie eine neue Vorlage erfassen und einen neuen Preis eingeben und dann, wichtig immer nicht den letzten Schritt zu vergessen, die Vorlage auch dem gewünschten Zeitraum zuzuordnen. Wenn Sie jetzt hier nur in den weiteren Reitern mitschauen, in den Anreiseregeln, da können Sie für sich definieren, ob es einen Mindestaufenthalt gibt und ob bestimmte An- und Abreisetage ausgeschlossen werden sollen. Manche Gastgeber haben ja vielleicht die Vermietung nicht als Hauptgeschäft und sind nur beruflich tätig oder können einfach nicht die An- und Abreise jeden Tag gewährleisten. Dann können Sie sagen, an gewissen Tagen kann die Anreise nicht stattfinden, aber über diesen Tag kann gern jemand bleiben. Also wenn Sie jetzt sagen, montags bin ich immer in der Arbeit und nicht zu Hause, da kann keine Anreise stattfinden, aber es kann gerne jemand von Sonntag bis Dienstag bleiben oder von Sonntag bis Montag, weil die Abreise, die ist möglich am Montag. Also je nachdem können Sie das so erfassen. Wenn jetzt, hier ist jetzt aktuell eingestellt, auf der Standardvorlage, dass es keinen Mindestaufenthalt gibt, also kann da jemand eine Nacht bleiben und an allen Tagen anreisen. Jetzt sagen wir mal, in der Hauptsaison wieder im August möchten wir was anderes definieren. Dann kann man es auch so rummachen, dass Sie wirklich den Zeitraum, den gewünschten markieren und dann eine neue Vorlage erfassen. Also wenn Sie dann sagen, ich möchte jetzt hier wieder eine andere Vorlage, Hauptsaison mit drei Nächten, Nächte, Mindestaufenthalt, das können Sie so beschreiben, wie Sie das wünschen. Und dann sage ich hier, ich möchte einfach eine andere Farbe und erfasse diese neue Vorlage. Ja, und dann kann ich das Ganze bearbeiten. Also ich kann dann sagen, ich möchte in diesem Zeitraum einen Mindestaufenthalt von drei Nächten und generell, jetzt nur als Beispiel, habe ich keine Anreise am Montag. Dann die Änderungen speichern und schließen. Dann ist jetzt schon automatisch diese Vorlage ausgewählt und ich kann es speichern. Ich kann mir auch noch aktivieren, dass wir die Abpreisetage auch entsprechend ausnehmen können. Das zeichnen gleich hier in den Standardeinstellungen. Da kann man sich nämlich die Felder, die hier so angezeigt werden, nur definieren und freigeben, was alles bearbeitet werden kann. Sie sehen jetzt nicht hier in dem Zeitraum August, wo dieses Zeichen ist, dass keine Anreise möglich ist, sondern wirklich nur Dienstag, Sonntag und ich habe den Mindestaufenthalt von drei Nächten. Und so können Sie das ganz flexibel für sich gestalten. Generell gilt natürlich auch, was den Mindestaufenthalt angeht, für den Online-Buchen, den Gast, dass es umso attraktiver, je kürzer der Mindestaufenthalt ist, weil aktuelle Studien auch schon zeigen, dass der Online-Bucher hauptsächlich der Kurzerlauber ist. Also wenn Sie es für sich umsetzen können, wäre es natürlich von der Einstellung her super, wenn kein Mindestaufenthalt eingegeben ist. Oder Sie machen es eben so, dass es in bestimmten Zeiten einen Mindestaufenthalt gibt. Hier in den Verkaufsregeln wird gesteuert, ob eine Unterkunft online buchbar ist oder nicht. Das wird von uns bearbeitet. Das ist für Sie eine reine Ansicht. Hier dieses B würde eben zeigen, dass diese Unterkunft buchbar ist. Jetzt zeige ich Ihnen nur ganz kurz hier in den Standardeinstellungen, was Sie da alles für sich definieren können. Wenn man hier links am Hauptmenü in dem Punkt Verfügbarkeiten und Preise auf Standardeinstellungen klickt, kann man gewisse Einstellungen auf alle Vorlagen, die man schon getätigt hat, oder rein auf die Standardvorlage abspeichern. Wenn man jetzt hier schaut, beim Basispreis, können Sie auf Bearbeiten klicken und sehen dann, was Sie noch alles zusätzlich sich aktivieren könnten, wenn es denn notwendig ist. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihren Preis, Ihren Grundpreis so kalkuliert haben, dass noch zusätzlich eine Endreinigung mit aufgeschlagen werden soll, dann kann man hier einen Preis für die Endreinigung eingeben. Das ist aber bitte nur in Rücksprache mit uns einzustellen, weil wir gewährleisten müssen, dass auf allen Portalen diese Zuschlag-Endreinigung auch quasi korrekt ausgegeben wird. Und da muss noch die kleine oder andere Einstellung von uns getätigt werden. Deshalb, wenn Sie da eine Endreinigung einstellen möchten, dann bitte Rücksprache mit uns halten. Dann haben wir hier noch weitere Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel von der Aufenthaltsdauer abhängige Preise einstellen. Also wir können sagen, wir möchten gern eventuell einen für die kurzen Aufenthalte einen höheren Preis oder einen Zuschlag einstellen. Im Übrigen, was ich jetzt vorher noch gar nicht erwähnt habe, hier im Deskline finden Sie auch immer alle Punkte sehr, sehr gut erklärt. Wenn man es dann doch mal wieder vergisst, was war denn das ein oder andere, das sind diese blau hinterlegten Informationen hier. Da wird immer kurz erklärt, was ist denn in diesem Menüpunkt möglich, was kann ich hier einstellen. Und noch dazu, die kleinen Is, die hier immer überall verteilt sind im Deskline, zeigt Ihnen auch immer sehr, sehr gut erklärt, was denn an Einstellungen möglich ist. Wenn man dann mal sagt, man möchte das speichern, kann man hier eben wählen, ob man das nur auf die Standardvorlage speichern möchte oder auf die Standardvorlage und auf alle weiteren Vorlagen, wie wir jetzt zum Beispiel die Hauptsaisonvorlage erstellt haben, auch mit gespeichert wird. Also wenn Sie sagen, ist es etwas, was grundsätzlich gilt, in all meinen Vorlagen, dann bitte immer auf Standard speichern und Daten aktualisieren. Dann fragt es Sie nochmal, wollen Sie wirklich alle Vorlagen aktualisieren? Dann gehen Sie auf Ja. So, dass es wirklich einfach dann auch auf allen Preisvorlagen, die eingestellt sind, übertragen wird. Sie können eine Verpflegung anlegen, wenn Sie sagen, Frühstück gibt es in meinem Haus, online zugbuchbar, es kann gerne mit hinzugebucht werden oder eben zum Beispiel auch hier die Kinderpreise. Zu den Kinderpreisen möchte ich Ihnen nur mitteilen, müssen wir nur die Berechnungsregel ändern. Das möchte ich Ihnen auch in diesem Schritt zeigen. hier in dem Punkt Produkte, Zimmer und Apartments. Hier links am Hauptmenü findet man die Berechnungsregeln zu den einzelnen Preisen. Also man kann sich hier die jeweilige Kategorie öffnen und hat hier dann definiert, dass der Kalkulationszyk pro Einheit pro Nacht definiert ist und den müsste ich umstellen auf pro Person pro Nacht, wenn ich vom Alter abhängige Preise habe, also wenn ich Kinderpreise habe. Wenn ich zum Beispiel sage, es kann auch ein Kind mitkommen und das soll einfach einen anderen Preis zahlen als der Erwachsene, dann müsste ich es hier umstellen. Mal wieder auf Änderungen speichern. So, dann können wir wieder zurückgehen in unsere Standardeinstellungen und die Kinderpreise einstellen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten eine Ermäßigung einstellen, könnten Sie es runterrechnen lassen oder Sie können es sich vom Basispreis, also von dem Grundpreis, der eingepflegt ist, den Preis für Kindergeld zurechnen lassen. Wenn ich jetzt mir sage, ich möchte bis zwei Jahre nichts verlangen, bis zwei Jahre sind die Kinder kostenfrei, dann können Sie hier 0 Euro eingeben. Wenn ich jetzt selbst sagen möchte, ab drei Jahre bis sechs Jahre oder bis sieben Jahre, habe ich einen Kinderfestpreis von 5 Euro pro Kind pro Nacht. Und ab acht Jahren soll dann mein Erwachsenenpreis gelten. Dann können Sie hier wieder auf Speichern und alle Daten aktualisieren. Das ist das Gleiche wie vorher. Dann ist es wirklich auf allen Preisvorlagen, also auf der Standardvorlage und auf der Hauptsaisonvorlage, die wir noch angelegt haben, abgespeichert wird. Genau. So, das wäre jetzt die Möglichkeit, eben auch Kinderpreise einzugeben. Dann in den Anreiseregeln haben Sie auch die Möglichkeiten, sich noch unterschiedliche Einstellungen einzustellen. Zum Beispiel in den Anreiseregeln, da haben wir auch die Möglichkeit, uns die Abreisetage nur zu aktivieren. Wie wir vorher gesagt haben, montags ist keine Anreise möglich. Wir möchten zum Beispiel vielleicht auch sagen, montags ist auch keine Abreise möglich. Also da kann man auch direkt schon Änderungen speichern und wieder auf alle Vorlagen aktualisieren. Genauso in den Verkaufsregeln können wir uns einen Buchungsstopp aktivieren. Der Buchungsstopp bezeichnet die Frist zwischen Buchungstag und Anreisetag. Also wenn kein Buchungsstopp eingestellt ist, kann ein online buchender Gast ganz spontan buchen. Also er kann heute für Anreise heute buchen. Sie können aber über den Buchungsstopp bestlegen, ob Sie da vielleicht ein oder zwei Tage dazwischen haben wollen. Also wenn jetzt heute jemand bucht, kann er für das nur morgen anreisen oder übermorgen anreisen. Wenn wir sagen, wir möchten einen Buchungsstopp von einem Tag, dann möchte ich das wieder auf alle Vorlagen aktualisieren. Jetzt schauen wir uns das Ganze im Kalender an, wie das jetzt aussieht, was wir hier an Standardeinstellungen noch für uns getroffen haben. Klicken wir wieder auf Kalender und schauen uns dann in Preisvorlagen mal an, wie das aussieht, was die Kinderpreise angeht. Zum Beispiel sehen wir hier jetzt die Kinderermäßigung oder den Kinderpreis, den wir eingestellt haben. Und wenn wir uns das hier auf der Hauptsaisonvorlage anschauen, ist diese Kinderermäßigung auch hier auf der Hauptsaisonvorlage zu sehen. Das ist genau der Punkt, wo man vorher, wenn man auf Speichern klickt, gefragt wird, möchten Sie es nur bei Standard aktualisieren oder möchten Sie es auch auf alle weiteren Vorlagen aktualisieren. Deswegen haben wir es auch hier ganz korrekterweise auch auf unserer Hauptsaisonvorlage. Die Anreise Regeln haben wir ja für das nächste Jahr eingegeben gehabt. Mal schauen. Genau, um August 2022. Da möchte ich jetzt noch hinzufügen, dass ich auch die Abreise am Montag ausschließen möchte. Das haben wir uns eben aktiviert in den Standardeinstellungen, und dass uns das auch hier mit angezeigt wird und entsprechend gepflegt werden kann. So kann ich hier jetzt eben die Säckchen rausnehmen und die Änderungen speichern und habe jetzt An- und Abreise am Montag ausgeschlossen. Das wird dann aktualisiert in der Vorlage und ich habe somit keine Abreise montags und keine Anreise montags möglich gemacht. Dann bei den Verkaufsregeln wird uns jetzt hier zusätzlich noch der Buchungsstopp angezeigt. Also das ist eben die Vorausbuchungsfrist, also diese Frist, die Sie dann als Gastgeber haben, wenn eine Buchung eingeht, bis zur Anreise. Das sind alle Optionen hier im Kalender. Es gibt noch die Möglichkeit, sich das unterschiedlich anzeigen zu lassen. Also hier unter Optionen können Sie anzeigen lassen, ob Sie die Wochenenden markiert haben wollen oder nicht, ob Sie halbe Tage anzeigen möchten oder nicht. Die halben Tage, die sind eigentlich immer relativ schön oder relativ gut zu sehen. Das sehen Sie hier am Beispiel 1. Juni 2022. Da ist der halbe Tag grün und der halbe Tag rot. Das ist quasi, es kann nur jemand abreisen, aber es kann niemand mehr anreisen. Es gibt eigentlich immer eine relativ schöne Übersicht. Genau, die Farben auf jeden Fall anzeigen. Da Sie den Unterschied in den Preisvorlagen und den Unterschied in den einzelnen Vorlagen auch sehen. Dann können Sie hier einfach auch die Ansicht ändern. Also wir haben jetzt hier in der Ansicht, dass wir pro Reiter, also pro Verfügbarkeitenpreise, einen eigenen Kalender sehen. Es gibt aber auch noch die Kalenderübersicht, in der Sie sich alle Reiter für einen bestimmten Zeitraum anschauen können. Also Sie sehen jetzt hier für einen bestimmten Zeitraum alle die Verfügbarkeiten. Sie sehen hier, ob ein Online-Buchung eingegangen ist. Sie sehen hier den Preis. Sie sehen die geltende Anreise- und Verkaufsregel. Das ist aber eine reine Ansicht. Die meisten, die arbeiten im Monatskalender, weil es einfach von der Übersicht her ein bisschen einfacher ist und ein bisschen besser ist, um es zu unterscheiden. Es gibt auch noch die letzte Übersicht, alle Verfügbarkeiten. Das ist jetzt bei einer Einheit nicht unbedingt relevant, aber wenn Sie mehrere Kategorien haben, würden hier mehrere, also alle Kategorien untereinander dargestellt werden. Und Sie sehen nur ausschließlich die Verfügbarkeiten für alle Kategorien. Das ist relativ nützlich, wenn man zum Beispiel das ganze Haus belegen möchte. Dann kann man direkt alle Kategorien markieren und das Haus geschlossen werden. Genau. Da haben wir jetzt wieder die Kalenderübersicht. Genau, man guckt eigentlich auf die Monatskalender. Perfekt. So sehen wir hier die unterschiedlichen Ansichten. Und was auch immer noch ein sehr guter Punkt oder eine sehr gute Möglichkeit ist, sich selbst zu prüfen, ist der Punkt simuliere Buchung. Hier können Sie einfach mal Daten eingeben und prüfen, ob alle Ihre Einstellungen zutreffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für 8.7. eine Nacht suchen möchte, schauen möchte, ob alle Einstellungen passen, dann müsste es mir ja so ausgegeben werden, dass nicht mehr gebucht werden kann, weil ich ja die Vorausbuchungsfrist habe. Wenn ich hier mal auf Prüfen gehe, dann zeigt er mir ja, das wäre der Preis für die eine Nacht. Es gibt auch Verfügbarkeiten und die An- und Abreiseregeln sind erfüllt, weil es kein Montag ist, aber es ist nicht buchbar. Korrekterweise, weil eben wir den Buchungsstopp von einem Tag haben. Jetzt schauen wir aber einfach mal für nächste Woche. Können wir es prüfen, dann ist es buchbar. So können Sie sich einmal selber ganz gut prüfen, ob alle Einstellungen stimmen und ob denn die Preise, die Verfügbarkeiten und alle Regeln, die Sie gesetzt haben, auch korrekt ausgegeben werden. Das war jetzt einmal der Punkt Verfügbarkeiten und Preise. Das ist sehr, sehr viel Information, aber man kann sich da auch sehr gut ausprobieren und einfach mal versuchen, hier Verfügbarkeiten reinzuziehen oder Änderungen vorzunehmen. Aber das haben wir natürlich auch jederzeit gerne behilflich. Dann würde ich gerne mit Ihnen hier in den Stammdaten weitermachen. Die Stammdaten bilden hauptsächlich die Content-Qualität Ihres Eintrages. Das heißt, da werden alle Informationen schriftlich gepflegt, also Beschreibungstexte, aber auch anhand von Fotos. Wir können da Bilder hinterlegen und alle Informationen zu Ihrer Unterkunft angeben. Wir sind hier erstmal in dem Punkt Allgemeine Daten. Da wird angezeigt, wie ist der Betriebsname, wie viele Einheiten gibt es, wie viele Betten gibt es, von wann bis wann ist Check-in und Check-out möglich und welche E-Mail-Adresse ist als Kontakt hinterlegt. Da werden dann auch die Buchungsbestätigungen hingeschickt. Dann im Reiter Adresse kann man unterschiedliche Adressen hinterlegen, wenn es notwendig ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, wir haben für die Unterkunft die Adresse Teststraße 1, aber ich möchte für meine Provisionsabrechnungen, brauche ich zum Beispiel eine bestimmte Firmierung oder einen bestimmten Titel oder einen bestimmten Zusatz, der mit drauf sein soll, können Sie hier unterschiedliche Adressen hinterlegen. Genauso könnten Sie ja unterschiedliche Adressen hinterlegen, wenn jetzt zum Beispiel das Objekt sich woanders befindet, als Ihre eigene Adresse, also da, wo Sie wohnen. Je nachdem, wenn das notwendig ist, können hier unterschiedliche Adressen eingegeben werden. Sie können hier auch kurze Informationen zu Ihnen als Gastgeber einstellen, mit einem Bild und einer kurzen Beschreibung zur Familie, zu den Gastgebern über Sie. Und Sie können einstellen, wie man dann bei Ihnen bezahlen kann. Das sind die Ausstattungsmerkmale, Barzahlung, Kreditkarten, Vorauszahlung, je nachdem, was akzeptiert wird in der Unterkunft. Und in den AGBs könnten Sie eigene AGBs hochladen, wenn Sie möchten. Das wird allerdings auf die großen Wohnungsportale nicht überspielt. Sie können es einfach so belasten als Vermittler, dann gelten unsere gültigen AGBs für die Darstellungen auf den unterschiedlichen Seiten. Es wird dann hier auch noch festgelegt, wo genau sich die Unterkunft befindet. Eine Verknüpfung zu Google Maps, um einfach, ja, die meisten Portale haben ja auch mittlerweile die Darstellung auf Karten, dass man direkt diesen PIN hier auch korrekt gesetzt hat und das kurz überprüft, ob da die Einstellungen passen. Ich sehe ja hier jetzt direkt schon Fehlermeldungen, was nicht definiert ist. Es fehlt jetzt zum Beispiel nur für diese Unterkunft die Kartenposition, also diese Position hier. Darauf, dass es aber fiktiver Betrieb ist, kann das nicht eingestellt werden. Aber da sehe ich direkt schon die Fehlermeldungen. Genau so teilen wir das System mit, Sie haben gar keine, Ihre Website gar nicht eingestellt. Je nachdem, wenn es keine gibt, das ist natürlich auch nicht notwendig. Aber man wird hier eben einfach schon auch mit darauf hingewiesen, wo es denn eventuell nur fehlend. Dann können wir in den nächsten Punkt gehen, das sind die Beschreibungen. Nur zur Information für Sie, um alles Verständnis zu haben, warum es hier dann in den Standarten immer zwei Ebenen gibt. Es wird immer unterschieden in die Unterkunft an sich, also ganz allgemeine Informationen zur Unterkunft, zu Räumen, die zum Beispiel für alle zugänglich sind, zu Angeboten, die für alle zugänglich sind. Sei es, es gibt Frühstück oder es gibt vielleicht eine Bibliothek, in der man sich aufhalten kann. Und dann gibt es nur die Ebene Produkt. Die Ebene Produkt ist dann wirklich das einzelne Apartment, das einzelne Zimmer, also die einzelne Kategorie, wo Sie spezifisch zu dieser einzelnen Kategorie noch mal Informationen hinterlegen können. Also wir haben hier auf der Unterkunftsbeschreibung unterschiedliche Reiter. Man kann einmal das Haus beschreiben. Also da würde man so etwas sagen, was ist das eigentlich für ein Betrieb? Ist es ein Hotel? Ist es ein Bauernhof? Ist es eine Pension? Ist es ein Ferienhaus? Was finde ich vor Ort? Und was kann ich auch vor allem in der Umgebung so machen? Was kann ich machen, wenn ich in die Region komme? Dass man da schon so einen ersten Eindruck über die Lage des Hauses geben kann. Dann haben Sie noch die Konditionenbeschreibung. Die Konditionenbeschreibung ist eine sehr gute Möglichkeit, um dem Gast Anno Informationen mitzugeben, die auf seiner Buchungsbestätigung abgedruckt werden. Denn dieses Feld hier wird dann auch auf der Buchungsbestätigung mit abgedruckt. Wenn man da reinklickt, dann kann man das Textfeld bearbeiten. Man kann sich das hier zum Beispiel auch größer ziehen, dass ich das ganze Textfeld sehe. Und kann hier unterschiedlichste Informationen hinterlegen. Die Informationen, die wir, oder wozu wir raten, die hier unbedingt festgelegt werden sollten, sind die Zahlungsbedingungen. Also wie bezahlt der Gast? Muss er Anzahlung begleichen? Zahlt er alles vor Ort? Wie kann er denn vor Ort bezahlen? Weil die Information, dass zum Beispiel eventuell nur Barzahlung möglich ist, ist schon sehr wichtig für den Gast, weil du musst es ja darauf vorbereiten. Dann müssten Sie ja dem Gast mitteilen, wie denn Ihre Stornobedingungen lauten. Kann er bis zu einem gewissen Zeitpunkt kostenfrei stornieren? Und was fällt dann danach für Stornobedingungen an? Da hat sich aus Zeiten jetzt in der Corona-Krise das neu entwickelt, dass Gäste sehr, sehr flexibel stornieren möchten. Also je flexibler, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass gebucht wird. Das heißt, wenn Sie da bisher vielleicht eher strenge Modalitäten gehabt haben, vielleicht können Sie es ändern auf 14 Tage vor Anreise kostenfrei, und danach 90 Prozent zum Beispiel, dass der Gast einem auch noch die Möglichkeit hat, flexibel bis zu einem gewissen Zeitpunkt vor der Anreise kostenfrei stornieren zu können. Rein rechtlich haben Sie in Ferienwohnungen, Ferienhäusern die Möglichkeit, bis zu 90 Prozent Stornobedingungen zu berechnen, in Zimmernkategorien bis zu 80 Prozent. Hier können Sie zudem auch noch angeben, von wann bis wann ist denn die Anreise möglich, von der Uhrzeit her. Geben Sie da dem Gast eine bestimmte Spanne an, zum Beispiel 15 Uhr bis 22 Uhr, dass Sie da auch die Sicherheit haben, dass der Gast nicht mitten in der Nacht anreist. Sagen Sie ihm, wo findet er seinen Schlüssel, gibt es eine Rezeption oder ist der Schlüssel irgendwo hinterlegt. Genauso dann zur Abreise, von wann bis wann kann er abreisen, oder eben gegebenenfalls natürlich kann man immer hinzufügen nach Absprache. Dann die Information zu Haustieren, das ist auch sehr wichtig, um da keine bösen Überraschungen vor Ort zu erleben. Wenn Sie Haustiere nicht erlauben, das ist unbedingt an mit Formulieren. Wenn Haustiere erlaubt, willkommen sind, dann gerne die Information dazu, ob das kostenfrei ist, oder ob da vielleicht eine Pauschale oder eine Gebühr anfällt. Genauso, wenn es so etwas wie Kurtaxe gibt, oder irgendwelche Gebühren, die für den Gast noch anfallen, dann müssten Sie es hier nur mit aufführen. Da muss man aber darauf achten, dass wirklich nur das aufgeführt wird, was keine obligatorischen Kosten der Unterkunft sind. Also wenn Sie so etwas wie eine Endreinigung verlangen, und die Endreinigung muss bezahlt werden, weil es für jeden Gast anfällt, dann muss das als Zuschlag angelegt werden, was vorher in den Preisen gesehen haben, oder am besten schon direkt in den Benachtungspreis einkalkulieren. Sie dürfen hier keine Preise aufführen, die für den Gast obligatorisch sind, aber noch nicht in den Endpreis kalkuliert sind. Also das ist sehr, sehr wichtig. Die Kurtaxe oder so etwas wie Orzttaxe ist da anders zu behandeln, weil das ist ja nichts, was Sie als Unterkunft kalkulieren oder berechnen, sondern das ist ja das, was Sie abführen. Also das ist ja Ihnen vorgegeben, dass das mit berechnet wird. Die sollte auf jeden Fall separat ausgewiesen werden. Dann wird vergessen, Änderungen zu speichern. Also wenn Sie irgendwas verändert haben, auf Änderungen speichern klicken, dann wird sich das hier direkt aktualisieren. Sie können auch eine Anreisebeschreibung noch hinzufügen. Wenn gewünscht, wird dann auf der regionalen Seite mit ausgegeben. Dann können wir drüber wechseln zur Produktbeschreibung. In der Produktbeschreibung haben Sie hier den Beschreibungstext, der wirklich das spezielle Apartment oder die spezielle Kategorie individuell beschreibt. Also Sie beschreiben, wir haben jetzt hier einen Mustertext Ihnen einmal mitgebracht, wie sowas aussehen soll und welche Informationen das beinhalten soll. Wichtig ist, nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Also man muss ungefähr, um ein Gefühl zu entwickeln, zwischen 700 und 1000 Zeichen werden da von den großen Buchungsplattformen empfohlen. Die Zeichen kann man sich ganz einfach in Microsoft Word zählen lassen, wenn man einen Text eintippt. Was für Informationen werden da benötigt? Einfach zeigen Sie dem Gast, welche Ausstattung hat Ihre Kategorie, Ihre Wohnung, Ihr Zimmer und beschreiben es, wenn es eine Ferienwohnung oder Ferienhause ist, jeden Raum. Wenn man sich der Gast im Kopf einen Grundriss selbst machen kann. Wichtig ist, also der eine oder andere sagt vielleicht, naja, der Text wird ja sowieso nicht gelesen, aber da müssen Sie immer, was die Content-Qualität oder die Qualität des Inhalts Ihres Eintrags angeht, im Hinterkopf behalten, dass da immer das große Ganze zählt. Sowohl der Text als auch die Fotos als auch die Ausstattungsmerkmale sollten wirklich ausführlich gepflegt sein. Der eine oder andere liest vielleicht nicht. Der eine oder andere möchte sich aber wirklich ein detailliertes Bild schaffen und liest den Text vor der Buchung durch und der nächste liest sich vielleicht den Text nach der Buchung nochmal durch, um einfach auch zu schauen, was muss ich selber mitbringen, was gibt es alles vor Ort. Da kann es zum Beispiel auch nochmal jetzt sagen, wie groß ist die Einheit, wie viele Personen kommen da unter, welche unterschiedlichen Räume gibt es, wie groß ist das Bett im Schlafzimmer, was ist im Badezimmer vorhanden, muss ich Bettwäsche und Handtücher selber mitbringen oder werden die in der Ferienwohnung bestellt. Gibt es auch ein Parkplatz für mein Auto, nur mal kurz die Info zu den Haustüren oder auch sowas wie WLAN, das ist natürlich ein sehr wichtiges Kriterium, ob das kostenfrei zur Verfügung steht. Diesen Text können wir Ihnen auch gerne bereitstellen, dass Sie es für Ihre Unterlagen haben und vielleicht es auch so als Art Vorlage nutzen zu können. Das ist dann wieder nicht zu vergessen, für alle Kategorien zu machen, also wenn es mehrere Einheiten gibt, mehrere Kategorien, dann hier im Dropdown-Menü die weiteren Kategorien auswählen und auch dann dafür einen Text verfassen. Dann zu den Bildern. Bilder sind der wichtigste Part eines Online-Eintrags. Da kann man von sich selber ausgehen. Die Fotos sind einfach das Erste, was der Gast anschaut, vor allem in der Suche, wenn er schon mehrere Unterkünfte vergleicht, dann schaut er sich erst mal die Fotos an. Von daher ist da eine gute Qualität und eine ausreichende Anzahl an Fotos einfach der wichtigste, ja, macht vor allem den wichtigsten Bestandteil Ihres Eintrags. Das ist auch Entscheidungskriterium, also die Fotos sind wirklich das, was den Gast überzeugen soll. Auch hier wird wieder unterschieden in Fotos für die Unterkunft und Fotos für die einzelnen Kategorien. Auf Leistungsträger-Bilder stellen Sie Fotos von der Außenansicht zur Unterkunft zum Beispiel oder wenn es einen Pool gibt oder irgendwas, was Sie vor Ort in der Unterkunft anbieten. Fotos von Frühstück, von Frühstücksraum, Restaurant, Lobby, sowas und eben auch sehr gerne Landschaftsfotos. Man kann auch unterschiedliche Saisonen einstellen, also wenn Sie Winterfotos haben, dann natürlich auch gerne mit hochladen. Das Hochladen funktioniert relativ einfach. Sie können ein Bild anklicken und dann hier reinziehen in dieses Feld und es wird automatisch hochgeladen. Oder Sie klicken da drauf und dann können Sie auch Dateien am PC zugreifen. Wenn die Bilder hier hochgeladen sind, können Sie nur die Sortierung ändern, also wenn Sie das Bild anklicken und die Maustaste geklickt halten und dann loslassen, dann wird automatisch die Sortierung geändert, also die Reihenfolge geändert. Sie können, wenn Sie auf Bearbeiten klicken, auch noch einen Titel eingeben, also da nicht den Dateinamen belassen, sondern gern was formulieren, schöne Winterlandschaft, Haus XY oder herzlich willkommen in der Unterkunft XY und dann hier den Namen eingeben und das Bild speichern. Sie haben dann nur die Möglichkeit, sich für einen bestimmten Zeitraum bestimmte Bilder vorangereiht zeigen zu lassen. Also wenn der Gast zum Beispiel für einen Zeitraum im Winter sucht, wäre es ja ganz schön, wenn das Winterbild ganz vorne ist. Wenn er aber für einen Zeitraum im Sommer sucht, ist das Winterbild ganz vorne ja nicht so passend, weil das ist ja dann nicht was der Gast oder entspricht dann nicht den Bedürfnissen des Gastes. Sie können deshalb einen Zeitraum definieren, wann welche Bilder vorangereiht sein sollen. Wenn man jetzt hier einen Zeitraum hinzufügt, könnte ich zum Beispiel sagen, bitte ab 1. Dezember bis Ende Februar zum Beispiel möchte ich das Winterbild vorangereiht haben. Dann wird in diesem Zeitraum, wenn man das anklickt, dieses Bild als erstes gezeigt und dann erst die anderen vier. In diesem Zeitraum wird das Bild hinten angereiht. Das kann man sich dann auch noch in der Vorschau anzeigen lassen. Hier sehen Sie dann, welches Bild ist denn das Hauptbild für Suchzeiträume. Also da geht es um die Suchzeiträume. Also wenn jetzt jemand für einen Urlaub im Januar sucht, wird ihm das Foto als erstes angezeigt. Wenn er für einen Urlaub im Juli sucht, wird ihm das Foto als erstes angezeigt. So können Sie es ein bisschen steuern, in den unterschiedlichen Saisonen auch schon das passende Foto angezeigt zu haben. Sie können auch ein Logo hochladen, sollte es ein Logo für Ihre Unterkunft geben. Sie können auch ein Video hochladen. Da ist es aber allerdings nur in der Übertragung auf die unterschiedlichsten Portale relativ schwierig, weil bisher meist oder immer eigentlich nur Fotos ausgegeben werden und keine Videos. Sie haben hier auch schon wieder eine Warnung, was auch den Datenqualitätsscore angeht. Es werden nämlich mindestens 10 Bilder empfohlen. Jetzt haben wir hier nur 5 Fotos. Von dem her wäre es da noch super, wenn noch weitere 5 Fotos folgen würden. Dann könnten wir auch einen höheren Datenscore noch schaffen und hätten einen quasi perfekten Online-Eintrag. Dann auf der Ebene der einzelnen Kategorien laden Sie die Fotos der Inneneinrichtung hoch. Sie haben hier dann wieder die Möglichkeit, das für jede Wohnung, für jedes Zimmer zu machen und können dann quasi ein Foto des Schlafzimmers, ein Foto des Wohnzimmers, der Küche, wenn es eine Ferienwohnung ist, gerne auch wenn es am Balkon gibt oder die Aussicht auch gerne noch mit hochladen und auch immer dementsprechend benennen. Das machen Sie wieder pro Kategorie. Auch da gilt mindestens 4 Fotos. Wenn es ein Zimmer ist, ist das natürlich relativ schwierig, aber nehmen Sie gerne auch Fotos von unterschiedlichen Blickwinkeln auf. Also stellen Sie sich einmal in die eine Ecke und dann einmal in die gegenüberliegende Ecke, dass alle Blickwinkel im Zimmer eingefangen sind. Und so kann man schon direkt auch von Doppelzimmern oder Einzelzimmern, die jetzt nur einen Raum haben, auch mehrere Fotos machen. Was oft vergessen wird oder nicht fotografiert wird, weil es einfach oft die kleinsten Räume sind in den Einheiten, ist das Badezimmer. Aber das Badezimmer ist ein sehr wichtiges Kriterium, auch in der Entscheidung, ob die Buchung durchgeführt wird oder nicht. Vielleicht deswegen unbedingt auch ein Badezimmerbild hochladen. Da, wenn es jetzt wirklich ein sehr kleiner Raum ist, gibt es einen Trick, dass Sie sich vielleicht einen kleinen Stuhl oder irgendwas mit reinstellen, dass Sie ein bisschen erhöht stehen und dann aus der Ecke raus fotografieren können, um auch dann einen breiten Winkel zu erreichen. Diesmal zu den Fotos und dann der letzte Punkt in den Stammdaten, sind die Ausstattungsmerkmale. Die Ausstattungsmerkmale bilden Such- und Filterkriterien auf den unterschiedlichsten Plattformen. Wenn Sie uns selber schon mal online gebucht haben, kennen Sie es vielleicht schon. In der Suche geben Sie den Zeitraum ein und können dann schon bestimmte Filter setzen. Sie können zum Beispiel sagen, ich möchte nur Unterkünfte mit WLAN oder ich möchte unbedingt am Balkon. Bitte zeigen mir nur Unterkünfte, die auch einen Balkon haben. Deswegen ist es so wichtig, das auch einzugeben und zu pflegen. Auch hier pflegen Sie das einmal für die Unterkunft und einmal für die einzelnen Produkte, also für die einzelnen Kategorien ein. Auf der Unterkunft haben Sie so Merkmale, wie welche Sprachen werden gesprochen, was gibt es vor Ort an Verpflegung, welche Zahlungsarten haben wir, wo liegt, also welche Umgebung ist an der Unterkunft. Genau, dass Sie da direkt können Sie hier, wenn Sie auf zeigen und alle bearbeiten klicken, haben Sie alle Ausstattungsmerkmale angezeigt und können dann das bearbeiten und speichern. Genau, das Ganze gibt es auch wieder pro Wohnung, pro Zimmer. Da einfach die Ausstattungsmerkmale, also was gibt es alles an Küchenausstattung, Badezimmerausstattung, da einfach die relevanten Merkmale anhacken und speichern. Da ist ganz wichtig, darauf zu achten, keine widersprüchlichen Merkmale auszuwählen, also wenn Sie zum Beispiel allergikerfreundliche Unterkunft sind, können Sie keine Haustiere erlauben. Und auch einfach ein bisschen darauf zu achten, dass jetzt weniger ist mehr nach der Devise, also wenn Sie jetzt sagen, es gibt mehrere, was das zutrifft, zum Beispiel gibt es, das merkt man, separate Küche, Küchenzeile und Kochnische, dann wählen Sie nicht alle drei aus, sondern das, was wirklich am besten passt. Und was natürlich generell immer im gesamten Eintrag gilt, immer bei der Wahrheit bleiben, also wirklich nur das auswählen, was auch direkt in der Unterkunft vorhanden ist. Wenn es zum Beispiel das Ausstattungsmerkmal Spielplatz gibt, aber der Spielplatz ist 300 Meter entfernt, weil das ist der öffentliche Spielplatz im Ort, dann dürfen Sie es nicht auswählen, weil es nicht zu einer Ausstattung Ihrer Unterkunft gehört. Das waren die Stammdaten hier, die die Qualität Ihres Eintrags bestimmen. Das ist am Anfang, wenn man seinen Eintrag mal durchgeht, vielleicht im ersten Moment relativ aufwendig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil das haben keine Einstellungen, die Sie täglich ändern müssen. Wenn das einmal perfekt gepflegt ist, kann es ja auch, solange keine Änderungen vorgenommen werden, auch erstmal so bleiben. Wir waren vorher schon mal in diesem Punkt Produkte. Da können Sie Ihre Apartments oder Ihre Kategorien, Ihre Zimmer benennen. Also wenn Sie hier auf Details klicken, waren wir vorher schon kurz, können Sie hier nur angeben, wie groß ist die Einheit, wie möchte ich sie benennen, wie soll der Titel lauten. Wenn man hier auf Bearbeiten geht, kann ich auch schon festlegen, ist es ein Apartment oder ist es ein Zimmer, ein Haus, welche sanitären Einrichtungen gibt es und vom Zusatz her noch, was möchte ich dann damit angeben, was besonders in der Unterkunft ist, wird das schon mal so kategorisiert. Dann können Sie einstellen, wie viele Verfügbarkeiten haben Sie. Das ist dann das, was in den Kalender übertragen wird. Das sind diese fünf Verfügbarkeiten, die wir hier als Beispiel haben. Dann können Sie eingeben, wie viele Zimmer hat die Wohnung, wie viele Schlafzimmer und wie groß ist die Wohnung. Dann hier unten in dem nächsten Punkt können Sie Ihren Leistungsnamen eingeben. Das ist das auch, was der Gast dann außen sieht, auf den Seiten, auf denen er bucht. Da deswegen nicht gern statt der Ferienwohnung 1 einen ansprechenden Titel kreieren, wie Ferienwohnung 40 Quadratmeter mit Südbalkon, weil das einfach schon was ist, was aussagekräftig sein soll und was schon das Besondere oder das, was vielleicht jetzt nicht jeder hat, wie zum Beispiel den Südbalkon, auch schon herausstellen kann, um überzeugend zu sein. Also da gern auch ein bisschen kreativ sein von der Länge her, so ist die 70 Zeichen nicht überschreiten. Dann können Sie hier sagen, was ist das für ein Typ der Unterkunft. Das heißt, wir haben hier ein Apartment und wir haben hier die Berechnungsregel da. Deswegen waren wir vorher schon mal in diesem Punkt. Ist jetzt pro Person pro Nacht. Das ist wirklich nur notwendig, wenn es Kinderpreise gibt. Ansonsten ist die Berechnungsregel pro Einheit pro Nacht. Dann kann ich hier eingeben, wie ist denn meine Belegung, meine Personenbelegung möglich. Eins bis zwei Personen. Sie können auch hier festlegen, wenn Sie sagen, Sie haben vier Betten, aber das sind zum Beispiel die zwei weiteren Betten sind Stockbetten nur für Kinder geeignet. Dann können Sie sagen, maximal zwei Erwachsene, aber bis zu drei Kinder, also wenn es ein Erwachsener und drei Kinder kommen würde, dass diese vier Betten nicht überschritten sind. Oder zum Beispiel zwei Erwachsene, zwei Kinder. Das ist die Standardbelegung, die Durchschnittsbelegung, die Sie hier eingeben. Und falls Sie Vollzahl angeben möchten, könnten Sie das hier noch machen. Also wenn Sie sagen, Sie haben ein Erwachsener und drei Kinder, dann möchten Sie aber nicht, dass Kinderpreise für alle drei Kinder gelten, sondern Sie möchten mindestens zwei Vollzahler haben. Für zwei Personen wird immer voll gezahlt und dann für die zwei weiteren Kinder noch die Kinderpreise. Das sind so Grundeinstellungen, die hier auch getroffen werden. Und sehen jetzt hier, für diese Kategorie haben wir 92% Content-Score, werden wir als exzellent gelobt. Also da haben wir schon von den Einstellungen her alles Notwendige getroffen, um einen sehr, sehr hohen Score erreichen zu können. Da können Sie sich selber ermessen, was fehlt gegebenenfalls noch oder was muss ich noch an welcher Stelle eingeben. Das war jetzt der Desk-Client, das ist der Web-Client für Sie, wo Sie alle Punkte pflegen müssen und pflegen sollten und auf was zu achten ist. Es gibt hier oben nur weitere Punkte. Sie können sich zum Beispiel Buchungen in einer Übersicht zeigen lassen oder Sie können sich auch Statistiken anzeigen lassen, wie sei es denn die Belegung, wie ist die Auslastung. Und es gibt auch nur den Punkt Zusatzmodule. Da gibt es noch weitere Angebote von Ferratel, die zugebucht werden können. Was wir davon nutzen, ist zum Beispiel das Website-Widget. Sie können auf Ihrer eigenen Homepage, wenn Sie eine eigene Homepage haben, einen Buchungslink von uns erhalten, das dann auch auf Ihrer eigenen Website online gebucht werden kann und der Gast direkt auch schon die Verfügbarkeiten abrufen kann und eine Buchung verbindlich tätigen kann. Das war jetzt einmal für Sie ein Überblick über Desk-Client, über den Web-Client, was Sie alles für Möglichkeiten haben. Falls Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne bei uns.